so ein wunderschön ja zurück so ein wunderschön zurück zu mini doom genau genommen also mini doom von doom quasi die schwule schwester ja mini doom ist eine windows application gibt es glaube auch für linux aber habe ich nicht verhoffen bekommen oder gibt es gar nicht für linux ist jetzt gar nicht so sicher egal wir spielen auf jeden fall die variante mittels wine was der schicke pixel grafik so hier müssen wir natürlich auch noch den sound verändern hatten wir ja damals noch leise eingestellt ok ok load game jetzt weiß ich gar nicht woran okay gut also das level hatten wir bereits machen wir das zuerst oder hatten wir das auch schon nicht noch nicht gehabt also genau gut dann machen wir zuerst das wobei eigentlich secret levels mache ich ja gar nicht im let's play aber guck mal ganz kurz rein irgendwie wir machen das jetzt einfach gar nicht mehr wie das überhaupt geht ah ok so kann man schießen ach ja stimmt er wartet ja dass das wirklich langsam ist das spiel was habe ich getan das war die dünnste idee ich hatte was so kam ich vielleicht soll ich noch eine andere waffe benutzen wie kann man die waffe wechseln nein nein das auch nicht also ich bin sowieso gleich tot wie kann man hier die waffe wechseln wir haben einmal Plasma und das war es eigentlich schon bei den starken Waffen also ich bin sowieso bei den starken Waffen und der starken Waffen und der starken Waffen und der starken Waffen Äh, die und dann brauchen wir das hier. Wow, das war ja... Äh. Okay, springen geht schon mal nicht. Ja. Wow, perfekt. Wow, wir haben jetzt 9 Punkten überlebt. Ähm. Ja, ist ja nett, aber... Die Frage ist, muss ich sie weiter? Ah. Ah, wow. Ach, leck dich doch. Ach, komm, ernsthaft? Hm, nein. Äh. Er glaubt, dass diese Secret-Levelier-Zug starten war nicht richtig. So, nein. Äh, nein. Das da... So, oh Gott, man kann auch, komm, ist ja jetzt nicht mehr normal, ja, komm, na los, na, die Bewegung hier ist ganz schön, ach komm jetzt, ach doch, na gut, na wie war denn jetzt, ich will hochspringen jetzt, hä, geht doch, so, jetzt, nein, nein, das, das ist das, ach man jetzt, leck mich doch am Arsch, ja, hab ich geschnallt, wow, keinem Lektion mehr, ach komm, ja, danke, äh, das läuft jetzt, na, komm, na her, ja, halt, äh, na ja, die, die Waffe bringt ja aber nichts, ich probier's mal mit der, ja, bringt genau so wenig, ja, komm, na, so, jetzt hab ich mir jetzt ein Sess hier mal ordentlich geschafft, hab jetzt aber keine Raketen mehr, was haben wir denn noch, so, die ist wahrscheinlich zu schwach, bleibt doch bloß noch die, aber die ist auch relativ schwach, was das angeht, wir wetten das, wir wetten die, die ist wieder zu schwach, ja, die ist wieder zu schwach, komm, so, das geht einigermaßen, ach komm, man, das hier auch genauso schnell sind wie ich, warum kann ich mal springen und mal nicht, das ist doch scheiße hier, na, komm, jetzt hoch hier, okay, ich verstehe, also, wenn ich so rumlaufe und die nach oben taste drücke, dann funktioniert das mit dem springen, wenn ich aber nach links laufe und die nach oben taste drücke, dann kann ich nicht springen, das ist natürlich, äh, gut, also muss ich mich dran gewöhnen, nicht die nach oben taste zu drücken, wenn ich laufe, ja klar, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich kann doch noch um jetzt, ach, so, ich hab keine, ja, mit 13 Punkte, ach, jetzt komm hier, nein, 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 du gehst jetzt, das ist doch nicht immer noch, ja, rein, das da, ach man, scheiße, ach ja, komm, jetzt schießt du, leck mich doch am Arsch, ganz ehrlich, ach, nö, ach gut, okay, das ist doch nicht so, 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 Alter, warum rennt ihr auch schneller als ich? Na komm. Ammo gibt hier auch keine Lungsform. Komm, komm. Nein, nein. Nein, die Schnauze jetzt hier. So, jetzt nach unten. Und deine Leertaste, oder nicht? Ja, geht doch. Hm, das wird doch wieder nichts. Ach komm, ja. Nein, das funktioniert nicht. Ach komm, nein, das ist doch... Ja, komm. Komm, danke. Danke. Gut, ich glaube, ihr könnt das Let's Flash mal abschalten. Äh, ich werde das hier wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Äh, ich werde also wahrscheinlich... Also, fünf Minuten lang probiere ich das noch. Allerdings gehe ich nicht davon aus, dass ich hier noch irgendwas... Irgendwie weiterkomme, als bis zu dem... Wo wir bisher auch weiterkamen. Bis wo wir bisher herkamen. Äh, ja. Ja, von daher, ich glaube mal, das mit den Sequels gelassen war. Ich habe schon wieder die falsche Waffe. Oh Mann, wieso kann ich immer... Ja, geh doch mal. Äh, hallo. Nein, nein. Danke. Und ich habe Schaden bekommen. Nein, ach Gott, dammit. Ach, Mann. Wow, wir haben noch zwei davon und fünf Raketen. Das wird doch wieder nichts. Ach, wow. Yay. Ich habe es geschafft. Okay. Jetzt haben wir wieder gar keine Munition mehr. Nein, nach unten. Ach, komm. Nein. Ja, komm, leg mich doch. Na, komm. Aber man kann ja auch nichts wo speichern. So, jetzt halt Stopp. So, fürs nächste Brauchen war das Ding. Das ist doch bullshit. Nein, Mann, der da direkt immer genau wie ich. So, wenn ich hier eine Strategie aufbauen, das funktioniert doch ja nicht. Ah, Munition sieht schon wieder scheiße aus. Wow, vom Raketen. Oh, Mann, das funktioniert doch nicht. Oh, Mann. Ich leck mich doch. Ach, Mann. Ich bin jetzt aber hier langsam. Ich bin mir nur noch mal zu blöd. Ich bin mir nur noch mal zu blöd. So, ich bin mir nur noch mal zu blöd. So, ich bin mir nur noch ein paar Mal zu schütteln. Ich bin mir nur noch mal zu schütteln. Ich bin mir nur noch ein paar Mal zu schütteln. So, jetzt haben wir zumindest ein bisschen hiervon. Oh, Alter! So, jetzt haben wir zumindest ein bisschen hier geschafft. Ja, ja, kommt doch. Oh, kommt doch noch einer. Da wollen wir noch zwei leben. Ach, leck mich doch. Okay, gut. Das war's. So, na dann werden wir beim nächsten Mal wieder eine normale Folge versuchen. Ach so, ja, hier. Wir haben durchschnittlich minus 10 Bilder pro Sekunde. Nice. Gut. Das war's für diese Folge. Bis dann.